krasse ankündige von tpt wieder es gibt ein online turnier von uns am 22 mai es gibt geile preise checkt alles ab info steht alles unten in beschreibung was geht ab leute hoffe das video hat euch gefallen like das video wenn es geil war auf jeden kommentar sind wir dankbar wenn ihr wollt könnt ihr es auch teilen hier wieder tpt mit baris die von mir heute eine kleine ankündigung für unseren sponsor las zombie zocker tcg warehouse ist ja in leipzig ansonsten hatte hier neue informationen für euch das erste information zeige ich euch jetzt er startet am vierzehnten mai ein shining victories release turnier ab 10 uhr 30 fängt an samstag ist es im leipzig leipzig tcg warehouse kommt vorbei schaut spielt damit ist schon nicht schlecht hat ja auch ein paar displays und booster neu gewinnen von den neuen sets ansonsten neue informationen also m ok ja echt geil also ganz ehrlich er bietet es an kauft es euch bei denen ansonsten viel spaß viel erfolg mit ihr las neue karten bietet ja er hat gute preise ist immer stabil schaut vorbei und jetzt noch tcg warehouse in leipzig schaut vorbei echt geile sache bei ihnen immer immer echt geile preise wie baris schon gesagt hat sonst neue ankündigung noch bei ihnen ist jetzt auch pokémon erhältlich also pokémon einzelkarten und displays pokémon macht ich habe also ich habe früher gespielt hat sehr viel spaß gemacht ich überlege sogar wieder reinzuschauen weil zombie zocker bietet jetzt wieder alles an und ihr kennt ja die leitenden die haben ja aufgehört das ist alles müssen wir noch aufbauen für ein anderes video sag's doch was geht ab leute hier die team bubble team mit baris und mir eine neue folge einkündigung für laß oder zum zocker unser zerstörer hey leute ich hoffe das video hat euch gefallen wer immer liken schreiben und kommentiert ansonsten jackson und unsere sponsoren ab wie immer alles geil und es werden noch weitere videos für euch folgen bis dahin sehen uns sehr leute ich hoffe das video hat euch gefallen sonst wie immer liken schreiben und kommentieren uns das video es werden auch mal weitere vor videos folgen checkt auf unsere sponsoren ab und drückt auf gescheckt unsere facebook seite noch ab ansonsten jürgen 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 kritik was euch nicht gefallen hat wir werden darauf eingehen es verbessern dann schauen wir weiter wir haben sponsoren schaut unten checkt alles ab und kommentieren abonnieren und spaß haben schaut vorbei und leidet nicht die facebook seite könnt ihr abchecken das ist ja gut man 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 das ist ja nochmal vorne shit warte abonnieren kommentieren und liken und facebook ganz ehrlich weiß was wir machen ich schreibe das alles so auf und hau muss daneben halt und dann nein ich hab schon ne ich bin nicht mal darf ich schon anfangen ja servus leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat gibt uns einen daumen nach oben wenn es euch nicht gefallen hat gibt uns einen daumen nach unten das ist kein problem könnt ihr auch machen 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 schau jetzt ich bin nicht mehr drin shit ist doch wohl immer end gut schau mal schau mal die videos und so an okay nochmal fuck das erste war endgut mach doch mal die event gar nicht mach so und dann zurück zurück ich kann schon machen servus leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat zeigt es uns gibt uns einen daumen nach oben dann wissen wir bescheid wenn es euch nicht gefallen hat gibt uns einen daumen nach unten ist kein problem aber schreibt uns noch konstruktive kritik hin dann wissen wir was wir verbessern können macht forsch nein das erste war entflüssig du hast den leitwagen nicht verloren man glaub mir schreib auf ja mach du ich schreib es auch nicht mal und du darfst nicht sagen kommentieren du musst sagen kommentieren oder auf online es gibt beide kommentieren ja komm ich mach mal ja servus leute was servus leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann zeigt es uns gibt uns dem video einen daumen nach oben ich schreib ich schreib es nicht ich schreib es nicht was ist das ja egal irgendwann haben wir es irgendwann haben wir es ja servus leute die baut die ihr wieder große ankündigung am 22 mal findet das Turnier statt auf der devpro Fuck, auf was denn überhaupt? Auf dn? Ja, bei 2 ist es doch! Stryfire, Stryfire, dn. Okay, nochmal. Ist immer super saftig. Sag doch deine Punkte jetzt weiter! Du hast ja schon alles durcheinander gebracht. Hab ich schon alles gesagt? Wir machen nochmal von vorne. Ja, servus Leute, Team Bubbleteer. Heute mit einer großen Ankündigung. Und zwar am 22... Mach neu. Schön, dass soll ich das Intro machen und du machst das? Nein, einmal noch. Servus Leute, Team Bubbleteer hier wieder. Mit Steve und John heute. Am 22. Mai ist es wieder soweit. Das große Turnier. Stryfire auf dn. Genau. Warte! Ich check's nicht! Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich gewinn die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? Geh mir raus. Ich hab irgendwie auch keinen Bock darauf. Es gibt doch Force of the Will. Ja... Man? Nein, keine Frage. Sorry, Marco! Hey! Wann kommt es mit Force of the Will? Ich sag das! Ja, kommst du nicht rein! Wir haben dich doch reingeschaut! Egal! Der Arzturm war jetzt gut! Hey, das behalten wir! Das war ganz gut! Er schaut gut, fetzt da an! Ja, ich muss doch wissen! Ja, wenn wir dich weiter anschauen, musst du doch reingucken! Nachdem die sagen, hey, was machen wir? Ich bin doch gerade reingegucken! Das ist zu spät! Was machen wir jetzt? Es ist zu spät! Wir sind schon alle ab. Wir sind schon durchgegangen! So gehen wir raus! Egal! Warte! Warte! Das heißt, wir reden jetzt darüber, was wir jetzt nicht machen! Genau, genau! Und was machen wir denn jetzt? Alter, ich weiß auch nicht, Mann! Wir können auch das Karten spielen! Das schon! Vielleicht hat er ja die Idee! Was geht ab, Alter? Wenn die Idee auf den F.T. was für die neue Spiel? Was denn? Du brauchst doch eine Mille oder sowas! Warte, warte! Du musst erst mal erzählen, dass sie keinen Bock mehr auf Yu-Gi-Oh! haben! Dann kommst du mit der Idee! Ah! Okay, Jungs! Wie wär's mit der Bewusstung, Mann? Du kommst da an! Das ist ein Blatt, Mann! Er kommt so rein! Er sagt, Leute, Mann! So aus der Folie! Hör mir so, hey! Servus! Aber echt gut! Ein Team haben wir schon vor Turnierbeginn rausgehauen. Ihr wisst, Team Ragnarok! Die... Die... Alter! Fuck, Mann! Was ist los, Mann? Ich schweig-checks nicht! Was ist los? Mach neun! Gefolgekranke Gedanken! Das hat gar nichts mit dem Übel zu tun! Oh mein Gott! Ja, okay, los jetzt! Oi! Was geht ab, Leute? Ja, servus Leute! TBT hier wieder! Team Bubble Tea! Wir sind hier in FT München! Funtainment München! Wir haben hier wieder eine neue Booster-Edition! Die kennt ihr alle! Shining Victories! Jede Woche kriegen wir das von FT! Also die neue Edition! Ansonsten noch ein Cosmo-Support-Diskussion! Geile Videos! Schauts nochmal rein! Schauts nochmal alle durch! Ich schaue mir selber noch ein paar an, weil ich selber noch nicht alle angeschaut habe! Ansonsten... Ansonsten morgen noch dein Turnier? Also morgen Sonntag! Ansonsten morgen 8.05. mein Turnier! Sonntag FFP! Ansonsten neue Informationen für unseren Zombie-Zocker! Es ist Ake Lars! Unser Sponsor! Ansonsten neue Ankündigung von ihm! Am 14. Mai macht er ein Shining Victories Display-Turnier! Das ist ein Release-Teil! Ansonsten einzel-Karten erhältlich auch bei ihm! Spielt es bei ihm mit! Er hat immer echt gute Preise auch zu gewinnen! Gibt es echt gute Preise! Ansonsten neue Ankündigung noch von ihm! Er bietet jetzt auch Pokémon-Karten an! Also Pokémon-Einzel-Karten und Displays! Ansonsten wenn ihr was braucht! Alles bei ihnen erhältlich! Ansonsten checkt seine Facebook-Seite ab! Alle Informationen stehen auf seiner Facebook-Seite! Servus Leute! Ich hoffe das Video hat euch gefallen! Wie immer! Liken! Kommentieren! Abonnieren! Checkt unsere Sponsoren ab! Und sucht die Links schon an der Kartei! Checkt unsere Facebook-Seite ab! Und liken! Und liken! Und abonnieren! Und liken! Und dann deinen Kanal hin! Hint! Du mal, Und dann! Ich kenne sie! Bis zum nächsten Mal.